Lektion 1 – Bestätigung der Flughafensicherheit Ich bin etwas nervös wegen der Flughafensicherheit. Keine Sorge, das ist ein Standardverfahren. Ich werde während des Screening-Prozesses immer ängstlich. Die Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Ich verstehe, wie wichtig es ist, aber ich fühle mich immer noch unwohl. Denken Sie daran, dass Tausende von Menschen es jeden Tag ohne Probleme durchmachen. Ich denke, es ist nur die Angst vor dem Unbekannten. Wir können uns mit dem Prozess vertraut machen, um die Angst zu lindern. Gibt es bestimmte Dinge, auf die ich vorbereitet sein sollte? Stellen Sie sicher, dass Sie alle Metallgegenstände entfernen und in die Ablage legen. Dazu gehören Gürtel und Münzen, oder? Ja, Gürtel, Münzen und andere Metallgegenstände sollten in die Ablage gelegt werden. Was ist mit Elektronik wie Laptops und Tablets? Sie müssen normalerweise getrennt und in eine separate Schale gelegt werden. Muss ich meine Schuhe ausziehen? Das hängt von den Bestimmungen des Flughafens ab, ist aber möglich. Ich trage Schuhe, die sich leicht ausziehen lassen, nur für alle Fälle. Das ist eine gute Idee, um während des Screening-Prozesses Zeit zu sparen. Was ist, wenn Sie mir zusätzliche Fragen stellen oder meine Tasche durchsuchen wollen? Bleib ruhig und kooperiere mit Ihnen. Es ist Teil Ihres Jobs. Ich werde versuchen, das im Hinterkopf zu behalten und geduldig zu bleiben. Denken Sie daran, dass Sie da sind, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Ich schätze Ihre Beruhigung. Es hilft, meine Nerven zu beruhigen. Du bist willkommen. Wir werden das Problemlos durchstehen, da bin ich mir sicher. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir machen das zusammen durch. Zögern Sie nicht, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Ich fühle mich besser, wenn ich das weiß. Konzentrieren wir uns auf das Ziel und die vor uns liegende Reise. Unbedingt. Die Reise ist Teil des Abenteuers. Genieß es. Du hast recht. Ich werde versuchen, die Erfahrung mit einer positiven Einstellung anzunehmen. Das ist der Geist. Gute Reisen und eine wundervolle Reise. Danke. Ich werde das Beste draus machen. Ich wünsche Ihnen ein reibungsloses Reisen. Lektion 2 Dankbarkeit und Kommunikation Ich schätze Deine Hilfe. Bitte lassen Sie mich wissen, ob es diesbezüglich Neuigkeiten gibt. Du bist willkommen. Ich halte Dich auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt. Es bedeutet mir viel, Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit zu haben. Ich bin hier, um Dir zu helfen, wann immer Du es brauchst. Ihr Engagement und Ihre Reaktionsfähigkeit werden sehr geschätzt. Danke für Deine freundlichen Worte. Ich freue mich, Ihnen weiterhelfen zu können. Dieses Projekt wäre ohne Ihr Fachwissen nicht dasselbe. Ich freue mich, dass ich zu seinem Erfolg beitragen kann. Ihre Liebe zum Detail und Ihre Effizienz sind lobenswert. Ich bin bestrebt, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ihre Beiträge und Vorschläge waren von unschätzbarem Wert. Ich freue mich, dass ich hilfreiche Einblicke geben konnte. Ihre Professionalität und Zuverlässigkeit werden sehr geschätzt. Ich danke Dir. Ich bin stolz auf meine Arbeit und möchte zuverlässig sein. Ich bin dankbar für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während dieses Prozesses. Es ist wichtig, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen zu finden. Ihre Bereitschaft, die Extrameile zu gehen, ist beeindruckend. Ich glaube daran, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und die Erwartungen zu übertreffen. Bitte beachten Sie, dass ich Ihre Beiträge wirklich schätze. Es ist eine Freude, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Mühe anerkennt und schätzt. Ich habe das Glück, Sie als zuverlässigen und unterstützenden Kollegen zu haben. Ebenso bin ich dankbar für die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde gespannt auf alle Updates warten. Lektion 3 Künstlerische Geschenksuche Hier, hast du ein Geschenk für unseren künstlerischen Freund gefunden? Noch nicht. Schauen wir uns diesen Laden für Künstlerbedarf an. Das ist eine tolle Idee. Sie könnten etwas Einzigartiges haben. Unser Freund wird sich über ein Geschenk freuen, das mit seiner Leidenschaft zusammenhängt. Wir sollten nach hochwertigen Kunstmaterialien suchen. Hochwertige Werkzeuge können Ihren künstlerischen Prozess verbessern. Lassen Sie uns zunächst im Bereich Malen stöbern. Möglicherweise benötigen Sie neue Farben oder Pinsel. Wie wäre es mit einer Reihe hochwertiger Aquarellfarben? Das könnte ein perfektes Geschenk für Ihre Aquarellkunstwerke sein. Ich überprüfe auch, ob Sie irgendwelche Spezialpapiere haben. Verschiedene Papiersorten können Ihrer Kunst neue Möglichkeiten eröffnen. Schau dir diese Skizzenbücher an. Sie haben wunderschöne Umschläge. Unser Freund wird ein Skizzenbuch mit einzigartigen Designs lieben. Glaubst du, Sie hätten gerne ein neues Set von Markern? Es ist eine Überlegung wert. Marker sind vielseitige Werkzeuge für Künstler. Lassen Sie uns auch den Bereich Zeichenbedarf erkunden. Kohlestifte und Pastelle könnten interessante Optionen sein. Ich schaue nach, ob Sie irgendwelche Kunstlerbücher haben. Bücher können unserem Freund Inspiration und Anleitung geben. Schau, Sie haben eine Abteilung, die Kunstdrucken gewidmet ist. Das ist eine tolle Idee. Sie können sich von Kunstdrucken inspirieren lassen. Wir sollten auch kunstbezogenes Zubehör in Betracht ziehen. Wie eine Künstlerschürze oder eine stylische Kunsttasche. Exakt. Etwas Praktisches und Künstlerisches zugleich. Lassen Sie uns alle potenziellen Geschenke sammeln und vergleichen. Guter Plan. Wir wollen den Besten für unseren Freund wählen. Wir sollten auch Ihre künstlerischen Vorlieben und Ihren Stil berücksichtigen. Wenn Ihre Präferenzen berücksichtigt werden, wird das Geschenk bedeutungsvoller. Einverstanden. Sorgen wir dafür, dass es Ihre künstlerische Persönlichkeit widerspiegelt. Ich freue mich, dass wir darüber nachdenken, das perfekte Geschenk zu finden. Unser Freund wird die Mühe, die wir investiert haben, zu schätzen wissen. Es ist wichtig, Ihre Kreativität zu feiern und Ihre Leidenschaft zu unterstützen. Absolut. Machen wir dieses Geschenk unvergesslich und besonders. Ich freue mich auf die Reaktion unseres Freundes, wenn er es erhält. Ich auch. Das wird eine entzückende Überraschung für Sie sein. Danke, dass du mich auf dieser Geschenksuche begleitet hast. Lektion 4 Testphase Das klingt fair. Es ist wichtig, dass wir eine Probezeit haben. Ist das möglich? Ja, wir können die Einzelheiten besprechen. Wie lang sollte die Testphase sein? Machen wir zwei Wochen draus. Das sollte genug Zeit für eine Bewertung sein. Welche Kriterien sollten wir für die Bewertung verwenden? Wir sollten Produktivität und Passform berücksichtigen. Das ergibt Sinn. Irgendwelche anderen Faktoren? Wir sollten auch Kommunikationsfähigkeiten bewerten. Guter Punkt. Wir brauchen eine effektive Zusammenarbeit. Ich stimme zu. Wir sollten klare Erwartungen setzen. Ja, wir müssen Ziele und Vorgaben definieren. Und unterstützen Sie während der Studie? Auf jeden Fall sollten wir Beratung anbieten. Gibt es noch etwas, das wir berücksichtigen sollten? Wir sollten Feedback von Kollegen einholen. Tolle Idee. Ihr Beitrag wird wertvoll sein. Es wird uns helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Lektion 5 Traumziele Traumziele auf deiner Reiseliste? Viele, aber eines, das auffällt, ist Island. Was reizt dich an Island? Die atemberaubenden Naturlandschaften und Nordlichter. Klingt faszinierend. Irgendwelche anderen Orte? Ich wollte schon immer Japan besuchen. Was interessiert dich an Japan? Seine reiche Kultur, Geschichte und sein köstliches Essen. Das klingt fantastisch. Irgendwelche anderen Ziele? Griechenland hat mich schon immer fasziniert. Was ist das Besondere an Griechenland? Die antiken Ruinen, die wunderschönen Inseln und der mediterrane Charme. Ich verstehe, warum es ansprechend ist. Noch mehr? Neuseeland steht auch auf meiner Liste. Was ist die Auslosung Neuseelands? Die atemberaubende Landschaft und die Abenteueraktivitäten. Es ist ein Paradies für Naturliebhaber. Irgendein letztes? Ich habe immer davon geträumt, Italien zu erkunden. Was fasziniert dich an Italien? Die Kunst, Architektur und köstliche Küche. Es ist ein Land voller Geschichte und Kultur. Lektion 6 Prüfungsvorbereitung und Aktualisierung des Lebenslaufs. Das ist klug. Ich sollte auch anfangen, mich auf Prüfungen vorzubereiten. Es ist wichtig, im Wohaus zu planen und zu lernen. Ich will nicht bis zur letzten Minute warten. Das ist ein guter Ansatz für den Erfolg. Ich erstelle einen Studienplan und halte mich daran. Das wird dir helfen, organisiert und konzentriert zu bleiben. Ich sollte auch bald meinen Lebenslauf aktualisieren. Es ist immer gut, es auf dem neuesten Stand zu halten. Ich möchte meine jüngsten Erfolge hervorheben. Das wird ihren Lebenslauf beeindruckender machen. Ich werde auch alle neuen Fähigkeiten und Zertifizierungen hinzufügen. Arbeitgeber legen Wert auf kontinuierliches Lernen. Ein aussagekräftiges Anschreiben kann einen Unterschied machen. Ich möchte meinen Enthusiasmus und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das wird einen positiven Eindruck hinterlassen. Ich sollte auch Referenzen einholen. Wählen Sie Personen aus, die gut von Ihnen sprechen können. Ich werde mich an frühere Vorgesetzte und Kollegen wenden. Ihre Empfehlungen werden Ihre Bewerbung stärken. Ich werde auch für mögliche Interviews üben. Vorbereitung ist der Schlüssel zu guten Leistungen. Ich möchte selbstbewusst und bereit sein. Mit etwas Übung wirst du dich in Interviews auszeichnen. Danke für den Rat. Ich weiß es zu schätzen. Lektion 7 – Änderung der täglichen Gewohnheiten. Gute Idee! Wie steht es mit unseren täglichen Gewohnheiten? Können wir die ändern? Absolut! Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Auf welche Gewohnheiten sollten wir uns deiner Meinung nach konzentrieren? Fangen wir mit unseren Morgenroutinen an. Wie können wir unseren Morgen verbessern? Wir können früher aufstehen und Sport treiben. Das klingt nach einem gesunden Start in den Tag. Es wird unsere Energie und Stimmung steigern. Was ist mit unseren Essgeborenheiten? Wir können gesündere Lebensmittel wählen. Mehr Obst und Gemüse, weniger Jungfood? Ja, und ich trinke auch mehr Wasser. Ich stimme zu. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Was ist mit unserer Bildschirmzeit? Wir können unsere Zeit mit elektronischen Geräten einschränken. Das wird uns helfen, präsenter und konzentrierter zu sein. Es ist eine gute Angewohnheit, Achtsamkeit zu üben. Wir sollten auch unsere Schlafgewohnheiten berücksichtigen. Die Erstellung eines konsistenten Schlafplans ist entscheidend. Und dafür zu sorgen, dass wir ausreichend erholsamen Schlaf bekommen. Ich werde daran arbeiten, Stress in meinem täglichen Leben abzubauen. Das ist wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Unterstützen wir uns gegenseitig bei diesen Änderungen. Zusammen können wir positive Gewohnheiten entwickeln. Ich freue mich, dass wir uns für persönliches Wachstum einsetzen. Es ist eine Reise, die sich lohnt. Einverstanden. Lassen Sie uns die Veränderung annehmen und die Vorteile sehen. Lektion 8 Essensoptionen Ist es das wert? Ich meine, haben Sie gutes Essen? Ja, Sie haben eine Vielzahl von Optionen, wie Gibt es gesunde Alternativen? Absolut, Sie bieten auch nahrhafte Mahlzeiten an. Das ist wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Und Sie gehen auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen ein. Was ist mit dem Geschmack? Ist das Essen köstlich? Viele Leute schwärmen von den Aromen. Das ist ein gutes Zeichen. Welche Küche servieren Sie? Sie bieten eine Mischung aus internationalen und lokalen Gerichten. Das klingt aufregend. Gibt es vegetarische Optionen? Ja, es gibt viele vegetarische Optionen. Was ist, wenn jemand Allergien oder Lebensmittelbeschränkungen hat? Sie gehen auf Allergien ein und bieten Alternativen. Das ist rücksichtsvoll von innen. Wie steht's mit den Preisen? Die Preise sind angemessen für die Qualität und Vielfalt. Ich freue mich, das zu hören. Sind die Portionen großzügig? Ja, Sie servieren zufriedenstellende Portionen an Essen. Das ist wichtig für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie konzentrieren sich auch auf die Verwendung frischer Zutaten. Das ist ein Plus an Qualität und Geschmack. Das Ambiente des Ortes ist ebenfalls angenehm. Es ist schön, gutes Essen in einer einladenden Atmosphäre zu genießen. Insgesamt ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich bin überzeugt. Lass uns gehen und es selbst erleben. Lektion 9 Hunde im Ruhe lassen Übermäßig Kann ich meinen Hund alleine im Zimmer lassen? Das hängt von den Bedürfnissen und dem Temperament des Hundes ab. Welche Faktoren sollte ich berücksichtigen? Alter, Rasse und frühere Erfahrungen des Hundes Soll ich schrittweise Zeit für mich alleine einführen? Ja, beginnen Sie mit kurzen Perioden und erhöhen Sie diese schrittweise. Woher weiß ich, ob sich mein Hund alleine wohl fühlt? Achte auf Anzeichen von Angst oder Stress. Was kann ich tun, damit Sie sich wohler fühlen? Sorgen Sie für eine sichere und komfortable Umgebung. Soll ich Spielzeug oder Leckerlis für Sie hinterlassen? Ja, interaktives Spielzeug und Puzzles können Sie beschäftigen. Was ist mit Toilettenpausen? Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einem bestimmten Bereich haben. Ist es okay, Sie stundenlang alleine zu lassen? Es ist am besten, die Zeit auf eine angemessene Dauer zu beschränken. Kann ich einen Hundesitter beauftragen oder die Hundetagesstätte nutzen? Dies sind Optionen, die Sie für längere Abwesenheiten in Betracht ziehen sollten. Wie wäre es, Sie über Nacht in Ruhe zu lassen? Übernachtungen alleine sind generell nicht zu empfehlen. Ich möchte sicherstellen, dass es meinem Hund gut geht. Das ist wichtig. Ziehen Sie auch professionellen Rat in Betracht. Ich werde dafür sorgen, dass sich mein Hund sicher und geliebt fühlt. Das ist der Schlüssel zu einem glücklichen und zufriedenen Haustier. Danke für die Anleitung. Ich weiß es zu schätzen. Lektion 10 Spontaner Wochenendausflug Ki, hast du jemals darüber nachgedacht, einen spontanen Wochenendausflug zu machen? Das klingt aufregend. Wo würden wir hingehen? Wie wäre es mit einer gemütlichen Hütte in den Bergen? Das ist eine tolle Idee. Ich liebe es, der Natur nahe zu sein. Wir können wandern und wunderschöne Landschaften genießen. Es wäre eine erfrischende Pause von unserer Routine. Sollten wir die Aktivitäten im Woraus planen? Lassen Sie uns flexibel bleiben und mit dem Strom schwimmen. Was ist mit der Unterkunft? Sollten wir im Woraus buchen? Wir können es offen lassen und vor Ort einen Platz finden. Das trägt zum Abenteuergeist bei. Wir sollten für eine problemlose Reise leichtes Gepäck einpacken. Essentials wie Kleidung, Toilettenartikel und Snacks. Ja, und vergiss nicht ein oder zwei gute Bücher. Es wäre entspannend, sich zu entspannen und zu lesen. Wir können auch lokale Restaurants und Gerichte probieren. Es ist immer ein Vergnügen, die lokalen Aromen zu probieren. Wie wäre es mit der Erkundung der nahegelegenen Sehenswürdigkeiten? Wir können Museen, Parks oder Sehenswürdigkeiten besichtigen. Es wird ein Wochenende voller neuer Erlebnisse sein. Wir werden Erinnerungen schaffen, die wir schätzen werden. Spontanität verleiht ein Gefühl von Nervenkitzel und Spontanität. Ich freue mich, dass wir bereit sind, gemeinsam ein Abenteuer zu erleben. Es wird ein lustiger und unvergesslicher Kurzurlaub. Packen wir unsere Koffer und machen uns auf den Weg. Lektion 11 – Frisbeespaß und Wetter Ja, ich habe mit meinen Freunden Frisbee gespielt. Das klingt lustig. Wie ist das Wetter? Das Wetter war perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Sonnig und warm? Exakt. Es war ein wunderschöner Tag. Hat es dir Spaß gemacht, Frisbee zu spielen? Es war ein Knaller. Wir hatten eine tolle Zeit. Frisbee ist so ein lustiges und aktives Spiel. Es bringt dich definitiv in Bewegung und zum Lachen. Ich sollte das nächste Mal zu dir kommen. Das wäre großartig. Wir werden noch mehr Spaß haben. Ich sorge dafür, dass ich ein paar Snacks mitbringe. Snacks machen Outdoor-Aktivitäten immer besser. Welche anderen Spiele im Freien magst du? Ich spiele auch gerne Fußball und Volleyball. Das sind klassische und unterhaltsame Optionen. Es ist toll, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen. Absolut. Die frische Luft ist belebend. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Lieblingsaktivitäten im Freien? Ich wandere gerne und mache lange Spaziergänge. Die Natur zu erkunden ist immer eine gute Wahl. Es ist eine friedliche und verjüngende Erfahrung. Wir sollten zusammen ein Outdoor-Abenteuer planen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wählen wir einen Tag mit perfektem Wetter. Und schaffen Sie bleibende Erinnerungen, während Sie Spaß haben. Ich freue mich auf unsere Outdoor-Eskapade. Lektion 12 Hotelreservierung und Schatte Ja, wir haben eine Reservierung. Das ist großartig. Wo übernachten wir? Wir werden in einem Hotel in der Innenstadt übernachten. Klingt praktisch. Wie kommen wir da hin? Sobald wir gelandet sind, nehmen wir einen Shuttle zum Hotel. Wird der Shuttle-Service vom Hotel angeboten? Ja, Sie haben einen kostenlosen Shuttle für Gäste. Das ist praktisch und erspart uns die Mühe. Es wird ein reibungsloser Übergang vom Flughafen sein. Müssen wir den Shuttle im Wo ausbuchen? Wir können die Verfügbarkeit bei der Ankunft überprüfen. Ich hoffe, es wird nicht zu voll sein. Wir werden versuchen, wenn möglich früh in ein Shuttle zu steigen. Wie lange dauert die Fahrt mit dem Shuttle? Die Fahrt zum Hotel dauert etwa 20 Minuten. Das ist nicht so schlimm. Wir werden in kürzester Zeit da sein. Es wird eine gute Gelegenheit sein, sich nach dem Flug zu entspannen. Ich freue mich darauf, im Hotel Einzug ecken. Ich auch. Das wird ein angenehmer Aufenthalt, da bin ich mir sicher. Haben wir ein Zimmer mit einer schönen Aussicht gebucht? Ja, wir haben ein Zimmer mit Blick auf die Stadt angefragt. Es wird herrlich sein, damit aufzuwachen. Ich freue mich, dass für unsere Ankunft alles geklärt ist. Es wird ein reibungsloser und angenehmer Start unserer Reise sein. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam die Stadt zu erkunden. Lektion 13 Lokaler Leitfaden und Online-Plattform Ich habe einen lokalen Führer über eine Online-Plattform gebucht. Das ist eine kluge Idee. Wie funktioniert das? Die Plattform verbindet Reisende mit lokalen Reiseführern. Also, der Führer wird uns die Stadt zeigen? Ja, sie geben Einblicke und zeigen uns versteckte Juwelen. Das klingt nach einem einzigartigen und authentischen Erlebnis. Ich wollte, dass wir die Perspektive eines Einheimischen haben. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen. Außerdem erfahren wir interessante Fakten und Geschichten. Haben Sie sich für eine bestimmte Tour oder einen bestimmten Führer entschieden? Ich habe einen Führer gefunden, der sich auf historische Touren spezialisiert hat. Das ist faszinierend. Ich liebe es, etwas über Geschichte zu lernen. Ich dachte, es würde perfekt zu uns passen. Wie lang wird die Tour dauern? Es ist eine Halbtages-Tour, etwa drei bis vier Stunden. Das ist eine gute Zeit zum Erkunden. Wir werden die Hauptattraktionen und mehr sehen. Ich freue mich auf die Geschichten des Reiseführers. Das wird unseren Besuch noch unvergesslicher machen. Müssen wir den Guide irgendwo treffen? Ja, wir treffen uns an einem bestimmten Treffpunkt. Ich sorge dafür, dass wir pünktlich da sind. Das ist großartig. Das wird eine bereichernde Erfahrung sein. Ich bin dankbar für deine durchdachte Planung. Ich möchte, dass wir das bestmögliche Reiseerlebnis haben. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Stadt zu erkunden. Das klingt gut. Ich nehme den Premium-Tarif, bitte. Gute Wahl. Welche Vorteile bietet es? Mit dem Premium-Plan erhalte ich zusätzliche Funktionen. Wie was? Erzählen Sie mir mehr darüber. Ich habe Zugang zu exklusiven Inhalten und bevorzugtem Support. Ich erhalte auch schnellere Download-Geschwindigkeiten und qualitativ hochwertiges Streaming. Es lohnt sich für ein nahtloses Unterhaltungserlebnis. Der Premium-Plan beinhaltet auch zusätzlichen Speicherplatz. Das ist nützlich, um wichtige Dateien und Dokumente zu speichern. Ja, es bietet Sicherheit und Komfort. Gibt es weitere Vorteile des Premium-Tarifs? Ich kann es auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden. Das ist praktisch für einen geschäftigen Lebensstil. Ich dachte, es wäre die zusätzliche Investition wert. Ich stimme zu. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und viele Vorteile. Ich freue mich, dass du das auch denkst. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie den Premium-Plan in Betracht ziehen. Ich möchte sicher gehen, dass wir den besten Service haben. Danke, dass Sie sich um alle Details gekümmert haben. Es ist mir ein Vergnügen. Ich möchte, dass wir jeden Aspekt genießen. Ich bin dankbar für deine Aufmerksamkeit. Es ist alles zu unserem gemeinsamen Vergnügen und unserer Bequemlichkeit. Ich freue mich darauf, die Premium-Funktionen zu nutzen. Es wird eine großartige Ergänzung zu unserem digitalen Lebensstil sein. Ich kann es kaum erwarten, alle Vorteile zu entdecken. Es wird ein nahtloses und verbessertes Erlebnis sein. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für den Premium-Plan entschieden haben. Du bist willkommen. Machen wir das Beste draus. Lektion 15 Kommunikationsprobleme ohne persönliche Treffen Darüber hinaus kann die Kommunikation ohne persönliche Treffen etwas schwieriger sein. Ich stimme zu. Es ist schwieriger, Emotionen und nonverbale Hinweise zu vermitteln. Genau, manchmal können Nachrichten falsch interpretiert werden. Wir müssen mehr auf unsere Worte und unseren Ton achten. Es ist wichtig, bei Bedarf um Klarstellung zu bitten. Ja, klare Kommunikation ist entscheidend für das Verständnis. Videoanrufe helfen dabei, die Lücke ein wenig zu überbrücken. Aber es ist immer noch nicht dasselbe wie eine persönliche Interaktion. Wir vermissen subtile Gästen und Ausdrücke. Und es kann schwieriger sein, eine persönliche Verbindung herzustellen. Der Aufbau einer Beziehung erfordert in virtuellen Umgebungen mehr Aufwand. Wir müssen kreative Wege finden, um uns zu verbinden und zu engagieren. Das Senden von Folge-E-Mails oder Nachrichten kann hilfreich sein. Es ist wichtig, die Kommunikationswege offen zu halten. Regelmäßige Check-ins und Updates sind unerlässlich. Wir sollten bei Bedarf virtuelle Treffen einplanen. Ja, es ist gut, Zeit für Diskussionen zu haben. Und wir können kollaborative Tools und Plattformen nutzen. Sie erleichtern die Teamarbeit und Koordination. Trotz der Herausforderungen werden wir uns anpassen und Lösungen finden. Effektive Kommunikation ist auf jeden Fall der Schlüssel. Wir werden dafür sorgen, dass sie in Verbindung bleiben und auf derselben Wellenlänge sind. Gemeinsam überwinden wir alle Kommunikationshörden. Ich schätze ihr Engagement für eine offene Kommunikation. Das ist entscheidend für unseren Erfolg und unsere Zusammenarbeit. Danke, dass Sie verstehen, wie wichtig das ist. Lassen Sie uns weiterhin effektiv und effizient kommunizieren. Einverstanden. Wir werden diese Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Unsere Teamarbeit wird uns zu großartigen Ergebnissen führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Hindernisse überwinden können. Wir sind ein großartiges Team. Machen wir weiter mit der guten Arbeit. Lektion 16 Museum für zeitgenössische Kunst Können Sie mir eine kurze Beschreibung des Museums geben? Natürlich zeigt es zeitgenössische Kunst. Das Museum für zeitgenössische Kunst zeigt moderne Kunstwerke. Sie stellen verschiedene Formen zeitgenössischer Kunst aus. Gibt es bestimmte Themen oder Stile, auf die Sie sich konzentrieren? Das Museum zeigt eine breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen. Ich bin neugierig auf die Künstler, die Sie vorstellen. Sie heben sowohl etablierte als auch aufstrebende Künstler hervor. Es wird aufregend sein, frische und innovative Kunstwerke zu sehen. Das Museum ist bekannt für seine zum Nachdenken anregenden Ausstellungen. Ich freue mich darauf, Ihre Sammlungen zu erkunden. Sie haben eine vielfältige Sammlung aus der ganzen Welt. Das ist großartig. Das wird eine globale Perspektive bieten. Das Museum veranstaltet auch Bildungsprogramme und Veranstaltungen. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, zu lernen und sich zu engagieren. Wir können unser Verständnis von zeitgenössischer Kunst verbessern. Ich bin froh, dass wir es in unsere Reiseroute aufgenommen haben. Es wird mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis sein. Stellen wir sicher, dass wir genügend Zeit einplanen, um es in vollen Zügen genießen zu können. Absolut. Wir nehmen uns Zeit und genießen die Kunstwerke. Ich schätze deine Begeisterung für Kunst. Kunst hat die Macht, Emotionen zu inspirieren und hervorzurufen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist eine wunderbare Ausdrucksform. Ich bin dankbar, dass wir es zusammen erleben können. Es wird ein kultureller Höhepunkt unserer Reise sein. Ich kann es kaum erwarten, in die Kunstwelt einzutauchen. Es wird ein bereichernder und inspirierender Besuch sein. Ich bin gespannt, was das Museum für uns bereithält. Es wird ein künstlerisches Abenteuer sein, das wir nicht vergessen werden. Lassen Sie uns die Schönheit und Kreativität der zeitgenössischen Kunst genießen. Lektion 17 – Neue Pfannengerichte ausprobieren Das klingt lecker. Ich probiere gerne neue Pfannengerichte aus. Hast du irgendwelche Kochvorschläge? Unbedingt. Wie wäre es mit einer würzigen Thai-Basilikum-Pfanne? Das klingt köstlich. Welche Zutaten brauchen wir? Wir brauchen Hühnchen, Thai-Basilikum, Paprika und Chili. Ich werde schon hungrig. Was ist der Kochvorgang? Zuerst marinieren wir das Huhn mit Sojasauce und Knoblauch. Und dann? Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und das Hähnchen unter Rühren braten, bis es gar ist. Was kommt als nächstes? Paprika und Chili in die Pfanne geben. Wie lange kochen wir sie? Nur ein paar Minuten, bis sie leicht zart sind. Und dann fügen wir das Thai-Basilikum hinzu? Ja, werfen Sie die Thai-Basilikum-Blätter hinein und braten Sie sie eine Minute lang unter Rühren an. Es klingt einfach und voller Aromen. Absolut. Das Thai-Basilikum verleiht einen duftenden Kick. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Irgendwelche anderen Variationen? Sie können auch eine Tiriaki-Bratpfanne mit Rindfleisch und Gemüse probieren. Das klingt nach einem Klassiker. Was ist das Verfahren dafür? Das Rindfleisch in Tiriaki-Sauce marinieren und unter Rühren braten, bis es gebräunt ist. Und dann? Fügen Sie Ihr Lieblingsgemüse hinzu und braten Sie es unter Rühren, bis es knusprig ist. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Irgendwelche anderen Ideen? Du könntest auch ein vegetarisches Pfannengericht mit Tofu und gemischtem Gemüse zubereiten. Das ist eine großartige Option für unsere vegetarischen Freunde. Wie machen wir das? Den Tofu pressen und abtropfen lassen, dann mit buntem Gemüse anbraten. Es ist ein vielseitiges Gericht. Ich freue mich darauf, sie alle auszuprobieren. Das Kochen von Pfannengerichten macht Spaß und ermöglicht grenzenlose Kreativität. Vielen Dank, dass Sie diese köstlichen Ideen geteilt haben. Du bist willkommen. Genießen wir es, gemeinsam neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ich schätze Ihr kulinarisches Fachwissen. Kochen ist eine Leidenschaft von mir. Ich freue mich, dass wir es teilen können. Lass uns kochen und unsere Geschmacksknospen befriedigen. Einverstanden. Es wird ein unvergessliches Pfannenfest sein. Ich bin bereit für ein geschmackvolles Abenteuer in der Küche. Lektion 18 Sparen für eine abgelegene Inselreise Auf eine abgelegene Insel noch nicht, aber ich spare, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Das klingt fantastisch. Welche Insel planst du zu besuchen? Ich habe mich noch nicht entschieden, aber tropische Destinationen ziehen mich an. Es wird eine großartige Flucht vor dem Trubel sein. Absolut, ich möchte mich entspannen und mich wieder mit der Natur verbinden. Abgelegene Inseln bieten unberührte Strände und atemberaubende Landschaften. Ich freue mich darauf, unberührte Schönheit zu entdecken. Es wird ein unvergessliches Abenteuer und eine Gelegenheit sein, abzuschalten. Das ist genau das, was ich anstrebe, eine digitale Entgiftung. Hast du angefangen, für die Reise zu sparen? Ja, ich habe ein spezielles Sparkonto eingerichtet. Ich versuche, genug für Reisekosten und Unterkünfte zu sparen. Es ist gut, ein Budget im Auge zu haben. Ich suche auch nach erschwinglichen Möglichkeiten, auf der Insel zu reisen und zu bleiben. Das ist ein großartiger Ansatz. Das wird Ihnen helfen, Ihr Budget zu erweitern. Ich möchte das Beste aus dieser Erfahrung machen. Ich freue mich für dich. Es wird ein wohlverdienter Kurzurlaub sein. Ich träume jetzt schon eine Weile davon. Wenn Sie Ihr Ziel visualisieren, bleiben Sie motiviert. Ich kann fast den warmen Sand spüren und die sanften Wellen hören. Es ist eine wunderbare Vision, an der man festhalten kann. Ich werde fleißig sparen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Geduld und Entschlossenheit werden Sie dorthin bringen. Ich bin bereit, Opfer zu bringen, um mein Ziel zu erreichen. Es wird sich lohnen, wenn Sie auf der abgelegenen Insel faulenzen. Ich werde jeden Moment schätzen und bleibende Erinnerungen schaffen. Vergessen Sie nicht, einige spannende Aktivitäten auf der Insel zu planen. Schnorcheln, Wandern und Erkunden der lokalen Kultur stehen auf meiner Liste. Es klingt, als ob dich ein unglaubliches Abenteuer erwartet. Ich kann es kaum erwarten, mich auf diese Reise meines Lebens zu begeben. Ich jubele dich bei jedem Schritt auf dem Weg an. Danke für deine Unterstützung. Das bedeutet mir viel. Du hast das Sparen Sie weiter und verwirklichen Sie Ihren Traum. Ich werde es schaffen und es wird mehr sein, als ich mir jemals vorgestellt habe. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Insel-Eskapade zu hören. Ich werde die Geschichten und Fotos auf jeden Fall mit Ihnen teilen. Ich werde sehnsüchtig darauf warten. Gute Reisen, mein Freund! Ich danke dir! Das wird ein unvergessliches Erlebnis! Lektion 19 Ausflug in den Supermarkt Tolle Idee! Gehen wir zusammen in den Supermarkt? Definitiv! Ich muss mir auch ein paar Dinge schnappen. Es wird mehr Spaß machen, zusammen einzukaufen und alles zu bekommen, was wir brauchen. Ich stimme zu. Außerdem können wir uns gegenseitig helfen, die Artikel auf unseren Listen zu finden. Machen wir einen Plan. Welche Uhrzeit funktioniert für dich? Wie wäre es, wenn wir uns in einer Stunde im Supermarkt treffen? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Vergessen Sie nicht, Ihre Einkaufstaschen mitzubringen. Ich habe Sie bereit. Seien wir umweltfreundlich. Was steht auf deiner Einkaufsliste? Ich brauche Obst, Gemüse und Grundnahrungsmittel aus der Speisekammer. Ich sorge mich mit Snacks und Zutaten für das Abendessen ein. Dann haben wir eine ausgewogene Beute. Gibt es bestimmte Marken oder Präferenzen für Ihre Artikel? Ich bin offen für Vorschläge. Was empfiehlst du? Ich zeige Ihnen einige meiner Lieblingsmarken und Produkte. Das wäre hilfreich. Ich bin immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Wir können auch nach Rabatten oder Sonderangeboten suchen. Intelligentes Denken. Sparen wir etwas Geld, wenn wir schon dabei sind. Und vergessen Sie nicht, die Preise für die besten Angebote zu vergleichen. Ich werde nach Sonderangeboten Ausschau halten. Es ist toll, einen Einkaufskumpel wie dich zu haben. Ebenso. Einkaufen macht mehr Spaß mit einem Freund. Wir werden unseren Einkaufsbummel schnell erledigen. Und vielleicht haben Sie unterwegs sogar Spaß. Lassen Sie uns verschiedene Gänge erkunden und neue Produkte entdecken. Ich freue mich darauf. Es wird wie ein kleines Abenteuer sein. Wir navigieren wie Profis durch den Supermarkt. Wir werden es gemeinsam erobern, Gang für Gang. Es ist immer gut, beim Einkaufen Gesellschaft zu haben. Am Ende werden wir einen Einkaufswagen voller Leckereien haben. Daran besteht kein Zweifel. Unsere Schränke werden gut gefüllt sein. Danke, dass du mich auf dieser Supermarktreise begleitet hast. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir immer ein Vergnügen. Lassen Sie uns diesen Einkaufsausflug zu einem Erfolg machen. Viel Spaß beim Einkaufen, John. Viel Spaß beim Einkaufen, Anna. Machen wir es zu einem produktiven. wurden sich誰- saturger wenn wire demons Tiere. bisONA sortir. schon mit dem understand. nicht.